Jo Leute, zurück bei Family Guy und wir machen mal weiter, beziehungsweise gucken mal weiter. Okay, wir müssen erstmal da hin. Aber als allererstes viel wichtiger, Kisten kaputt machen. War da jetzt gerade was drin? High Five! High Five! Boah, Ace Dew redet so gay. Okay, aber ich weiß, was ich mache, wenn diese Aufnahme-Session vorbei ist. Ich guck mir ein bisschen Family Guy an. Guck's dir an, der Tod, ey. Wie geil ist das denn? Noch was? Videokassette zum Beispiel. Ich versuch mal von hier oben so einen minimalen Überblick zu kriegen. Aber hier scheint echt keine zu sein. Da sollte ich wohl nicht hin. Hier ist ein Geschäft. Ein Laden. 6.000 haben wir. Haben wir noch eine Waffe? Nein. Gegenstände brauchen wir nicht. Dann machen wir doch einfach. Hier noch. Und dann beim nächsten Mal die Granaten voll. Und dann sind wir da eingehend schon komplett. Das ist ja der Hammer. Okay, das war das Erste. Jetzt kommen wahrscheinlich Gegner. Kann ich mir so denken. Sag ich doch da hinten. Tschüss. Ha! Er stickt an meinem Ausgekackten. Das ist sehr eklig. Fällt mir gerade mal so auf. Boah, wie viele da sind. Aber egal. Ich habe Granaten für alle. Naja, eher Windeln. Wie ihm die Raketen gerade einfach nichts ausgemacht haben. Granaten stark, okay. 60 Punkte. Geht doch schon mal gut ab. Jetzt sollten wir auch eigentlich das hier aktivieren können. Geht doch. Und rein mit uns. Jetzt kommen da gerade hinten Gegner raus. Und ich wette mit euch. Scheiße. Wenn ich jetzt hier nicht runtergefallen wäre, hätte ich einfach weitermachen können. Meinten die nicht irgendwas von wegen. Wir können auch vorsichtig vorgehen. Eben. Kam mir so vor. Egal. Scheiß auf vorsichtig. Bam. Die Waffe ist so ultimativ stark. Eigentlich ist die voll overpowered. Kann ich hier schon rauf? Nein. Gut, dann gehen wir halt hier hin. Und ab geht's. Oh. Ha. 60 Punkte. Bam. 360 Punkte. Und nochmal 60 Punkte auf unser Konto. Das ist schön. Was heißt Punkte? Ist ja eigentlich Geld, ne? Eigentlich ist das voll hart, dass wir so viel Geld für die Tode der Menschen hier kriegen. Aber. Besser, als wenn sie einfach so sterben würden. Okay. Das war jetzt nicht so geil. Das war besser. Oh shit. Ich seh gerade was. Okay, okay, okay. Ah, guck mal an. Noch eins. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile schon sechs. Und das wiederum heißt für mich, ich weiß schon mal, wo sechs Stück sind. Ah, Mann. Ich fail hier aber auch mit dem Werfen. Die Waffe ist ultimativ. Die ist zwar overpowered, aber ultimativ. Ultimativ overpowered. Nachladen. Neun Stück wieder. Es kommt mir eh vor, als hätten wir unendlich von diesen Dingern. Hier oben ist doch bestimmt was drauf, oder? Komm, hier komme ich nicht drauf? Das ist ja verhext. Ich dachte, hier oben wäre bestimmt ein Videoband versteckt, aber naja. Okay. Jetzt muss ich Brian spinnen, weil er snipert. Oh mein Gott. Nehmt den Schuss. Wir sind aus dem Zeitraum. Hey, niemand schreit mich an mir. Es ist eine Tragedie, Leute. Das ist nicht lustig. Ich wünsche mir Adulter über das. Scheiße. Okay, es ist fertig. Ja, hoffentlich ist der schweizer Herr West, die Bomben ausgesprochen hat. Warte, was ist er zurück auf seine Worte? Was machen wir dann? Wir sollten versuchen, ihn zu finden und... Hey, Brian. Wir haben nur einen Politiker gebrochen. Wir sollten hier rauskommen. Ja, du bist wahrscheinlich richtig. Ich bin wahrscheinlich richtig oder ich bin richtig? Der Schuss kam von hier. Ja, ich bin richtig. Und du bist nur ein Hund. Jawohl, Level abgeschlossen. Neues Kostüm. Weiter. Also, es geht recht schnell. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Universen hier auf uns zukommen, aber trotzdem. Okay, es sagt, dass in diesem Universum piratet wurde so dominant, dass die gesamte Progresse des Weltes stunted. Jetzt ist jeder ein Pirat. Gaha, Stowaways, me thinks. Und ye brought treasure, I see. Aha! Take the prisoners to the brig. I'll be in my quarters making cloth maps of no place in particular. Gaha! Oh mein Gott. Find something you can make noise with and the guard will come in there. Just give it. If you have to use that guard enough, you'll open your cell to give you a beetle. I know, because I'm tired of you. Jetzt müssen wir sogar in Nahkampf gehen. Oh Gott, come in. Addy! Long John Peter. Wo ist hier? Oh Gott. Hahaha. Da unten. Wie komme ich denn jetzt da rein? Okay, this is really awkward. Hä? Check ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd gerade. Brich aus der Zelle aus. Ja, super. Wie denn? Das bringt ja alles nichts. Das bringt ja alles nichts. Ah, jetzt. Ich muss mich selbst raus holen und ich werde dich auf dem Deck bringen. Du weißt, du schraubst meine Beine, ich werde dich schrauben. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, es ist dieses Spiel durch. Ah, guck mal an, ich habe einen Säbel. Ja, damit haben wir jetzt nur Nahkampfwaffen. Nee, auf den achten wir jetzt noch nicht. Geht down! Okay, okay, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Brügt euch mal. Oh, noch mehr. Weißt du, was? Hier. Geht das jetzt hier nicht? Wer hier alles eingesperrt ist. Gott, ah, wie geil. Das Hähnchen ist sogar da in den Spawn von den Gegnern gegangen. Kümmert euch da drun, ihr Schweine. So. Gold, sag mal. Okay. Es hätte auch in Kisten sein können, verstehe ich das richtig? Das ist ja scheiße. Wir rennen mal lieber nach hier oben. Oh Gott. Jawoll. Her damit. Jetzt geht die Luzi ab. Auf dem Holzboot mit dem Flammenwerfer. Das kann doch nur gut gehen. Es sind, kann man froh sein, dass wir jetzt nicht hier bei Far Cry sind. Mach mal einen Flug hier. Wer ist er denn? Ein Käpt'n oder was? Da will ich als erstes hin. Das Geld können wir gut gebrauchen. Die kriegen jetzt erst mal Raketen ab. Und jede Menge Granaten. Schließlich. Ah, der Affe. Fuck. Okay. Das hätten wir. Nein, geht weg, ihr stinkt. Sinkt das Boot grad. Geh weg. Scheiße. Ich fuhre da eigentlich zu dem Affen rein. Geht doch. Den hat's ja wohl erledigt. Ah Mist, die ist viel zu weit geflogen. Geht doch. Hier ist noch Gold. Hören wir auch mal mit. Kann ja nicht schaden. Okay. Mist. Geh weg. Ach weiße, komm. Ich nehme dich auch so mit. Ha. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Sogar diese Großen gehen da mit Dreck kaputt. Das ist für Spaß. Scheiße. Hey, Mac ist auch echt so. Hey, over here. Let's hang out. Oh mein Gott. Tribble. Nee, noch will ich das Schiff nicht verlassen. Ich will erst alles einsammeln. Vor allem mal zum Laden gehen. Jetzt kann man nämlich hinten gehen. Und können diese letzten Sachen kaufen. Ha. Haben wir nämlich jetzt alles. Haben wir noch mehr hier? Nein. Kostüme könnten wir noch kaufen. Das holen wir uns. Gegenstände. Brauche ich alles nicht. Das holen wir uns mal. Einfach weil wir ja eh das Geld haben. Von daher. Riesenhuhn. Das ist eigentlich voll hilfreich. Brechwurzel-Extrakt ist jetzt nicht so geil. Aber es kann auf jeden Fall mal helfen. Ist hier drüben noch was? Gold vielleicht? Nee. Besiege Long John Peters Flotte. Okay. Wo ist er denn? Ach, da drüben. Wie soll ich denn jetzt dagegen ankommen? Ah, Moment. Hier haben wir ein Waffenrad. Waffenrad. Mein Gott. Ah. Ist ja voll Assassin's Creed. Ui, guckt euch das an. Bringt das was, wenn wir da reinschießen? Tatsächlich, das geht ein bisschen kaputt. Shit. Nein, das war Müll. Das war ein Treffer. Das zähle ich mal als gut. Ha, kaputt. Ha, kaputt. Ich würd gern die da treffen. Das wär doch mal lustig. Weil da so ein Hai drumrum ist. Ja komm, den Hai hätten wir jetzt eigentlich getroffen. Bitte. Das ist das Recht. Ach, auf der anderen Seite. Bitte. Hey, würd ihr kurz abhören, wenn sie tot sind? Abflug. Abflug. Könnt ihr es wagen? Okay, beide ausgeschaltet. Ich muss sagen, die Waffen, die man jetzt, also man könnte theoretisch auch die ganze Zeit nur mit der Laserpistole da vom Anfang spielen. Das finde ich ein bisschen schade. Irgendwie kommt da gar nicht so das Feeling auf, dass man sich denkt, okay, jetzt hab ich viel bessere Waffen. Jetzt bringt mir das viel, viel mehr. Oh Mann. Die immer, ey. Hä, wie? Ich hab die nicht getroffen. Ah, super. Jetzt aber, komm. Ach, das war doch... Shit. Ach so, die muss ich reparieren. Irgendwie bringt's diese Kanone mal gar nicht. Geht doch. Das war wenigstens mal ein Treffer hier. Zwei Treffer. Drei Treffer. Drei Stück haben wir jetzt gebraucht, wenn ich das richtig gesehen hab. Und dann war das down. Und ich seh grad, wir sind über 15 Minuten. Dann mach ich mal kurz einen Cut. Meld mich gleich zurück. Bis dahin. Und haut rein.